viele golfer kommen mit dem thema versagensangst zu mir ins coaching oder in seminar spannend ist hier immer wieder die frage ist es wirklich versagensangst oder ist es einfach ein bisschen bammel haben ich hatte heute einen auftritt in der rosenheimer stadthalle auf der großen bühne und ich war aufgeregt ich hatte bammel ich war schon etwa zwei stunden vorher aufgeregt ich kenne das von mir und daher wenn es sich dann gibt also wenn ich dann auf die bühne gehen soll anfangen und es gibt sich dann dann ist es eben bammel und keine versagensangst versagensangst wäre es dann wenn ich während des ganzen auftrags davon geplagt bin und immer mir wieder überlegen muss was wollte ich denn jetzt sagen welches beispiel wollte ich jetzt bringen welche story wollte ich erzählen und dasselbe ist eben auf dem golfplatz denn wir brauchen ja für ein turnier den flow denn nur im flow ist höchstleistung möglich und der flow liegt zwischen den beiden polen ich bin total gechillt entspannt sowie auf der driving range wenn wir ganz normal trainieren oder ich bin eben über erregt über motiviert vielleicht auch gar zu ehrgeizig total angespannt und ja da wird dann auch kein guter erster abschlag zustande kommen bzw kein gutes turnierergebnis mir ist nur wichtig an der stelle für sich herauszufinden festzustellen ist es wirklich prüfungsangst versagensangst und ja diese ängste sind der feind nummer eins des golfers oder ist es ein bammel und der bammel stellt ja sicher dass ich mich entsprechend vorbereitet dass ich aufmerksam bin dass ich mehr energie zur verfügung habe als sonst und mir zeigt es eben dass mir etwas wichtig ist und sollte es jetzt versagensangst sein dann schau dir andere videos dazu an oder melde dich bei mir und und dann schauen wir im coaching es gibt so viele verschiedene techniken die dir dabei helfen können dass diese versagensangst prüfungsangst sich in einen bammel verwandelt denn das ziel kann nie sein dass du total gechillt bist und total relaxed denn dann wird das turnierergebnis auch nicht das sein was du dir wünschst bis jetzt Vielen Dank.